so ich hatte heute morgen ein arzt check ja man hat mir so kabel und so verbunden die die auf snapchat mir folgen haben es gesehen Ali wir sind live willst du irgendwas sagen bleibt dran Freunde das ist unser Bruder Ali was war denn mit Training heute ich habe ganz viel zu tun gehabt ja ja ich kenne dieses zu tun ja Abrechnung immer dasselbe Zeig mal nochmal zeig mal nochmal zeig mir zeig mal oh Bruder wie geht's dir ich habe dich so vermisst Bruder ich habe dich so lange nicht gesehen ich komme jetzt ich rufe dich danach an Jalla Bruder jetzt so das war unser Bruder Ali okay genau zum warm werden okay Champagne ist ja wieder am Start neulich aus dem Zoo ausgebrochenen Duisburg Marc Marc der war ganz 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 fies das sieht so geil aus Sinan Hihi Sinan Sinan komm mach mal alle im Chat hier ein Sinan mit Z bitte komm hau mal den raus Team Sinan ne da will ich aber auch nichts mehr hören hier Mann Mann hat der hat der Marc wieder einen raus gehauen hier Oh shit auf jeden Fall Freunde ich küsse euer Herz Alter Wallah Dieser Arzt Checkup Er hat dann damit zu tun Übrigens war ich mit der Box Promoter Legende Ahmet Oehner dort Er ist eine absolute Legende der Typ ich werde ihn auf jeden Fall hier mal auch ins Stream einladen der Typ hat auch krasse Geschichten und äh und noch etwas Freunde bitte nehmt mir das nicht böse wenn ich so atme ich hab meine Nase ist kaputt ich krieg absolut absolut keine Luft in die Nase rein ich hab hier auch Schwellung das vom Sparring und ich hab noch gleichzeitig ein bisschen Schnupfen gehabt also ich krieg nix durch die Nase das heißt auch beim Faceoff wenn ihr gemerkt habt ich hab so geatmet Nase dicht das da hilft nur ein bisschen ähm Nasenspray Aber ich kann jetzt nicht die ganze Zeit Nasenspray ballern das fuckt voll ab Äh genau diesen Checkup den ich heute hatte der ist dafür da ob ich gesund bin zum Kämpfen okay und dann haben die mir Blut abgenommen dann haben die äh Kabel hier meine Fußgelenke Handgelenke alles so bla bla Herz äh Herzdinger bla 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 gemacht Ja und äh wie es äh wie es rausgekommen ist ja bin ich gesund Alhamdulillah 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 Und inshallah seid ihr auch gesund meine Freunde inshallah bleibt ihr gesund inshallah sind auch eure Familien gesund ne so das war der Tagesablauf deswegen kann ich heute nicht so lange machen ich bin halt richtig gefickt so ne Okay was ist passiert Faceoff mit äh Neanderthaler Mo einmal kurz äh einmal kurz äh eskaliert danach wurde das ein bisschen lustiger irgendwie ich muss euch ehrlich sagen der Mo hat mir irgendwie keine Ahnung nach einer gewissen Zeit konnte ich den gar nicht mehr hassen irgendwie Der war so niedlich irgendwie so ein Bärchen kennt ihr diese kennt ihr diese äh wie sagt man wie sagt man jetzt süßen so so du bist hinterm Zaun du machst Welle mit ein und dann geht die Tür auf und dann ja ok was ist denn jetzt so ein bisschen ich weiß nicht das war so keine Ahnung es war sehr knuffig irgendwie so ja natürlich wir wissen alle da hat er nicht mehr alle Latten am Zaun das ist klar ne Der hat die bisschen ist da was verkehrt aber ne letztendlich ist er auch noch ein Marsha um Bär Hä Marsha um Bär schreibt da hin Okay wir gehen mal jetzt direkt kurz in die Reaction rüber direkt auf dem Universum Kanal übrigens ist auf meinem Kanal liebe Friends der Vlog dazu der ist natürlich auch sehr nice geworden ich würde mich freuen wenn ihr den Vlog abcheckt aber Ach ja voll vergessen euch zu sagen für die die gerade wieder neu online gekommen sind da ist er Neanderthaler Ganz kurz äh das habe ich euch vergessen natürlich zu sagen Aua Yes yes friends was geht ab bei euch ich hoffe euch allen geht's gut auf jeden Fall Hier ist der Vlog Liebe Friends und natürlich haben wir was haben wir denn hier Amen Koi Wir haben die 100.000 Abos geknackt Wuhu Jeha Ein sehr nicer Kommentar hier Es wäre unfassbar wenn du es schaffst Aber wir glauben an dich wir stehen und fallen mit dir Du bist nie allein wir geben dir die Power vom Herzen Fast 400 Daumen hoch bitte was ist das für ein Ehrenkommentar Von Christian Klausch Ich küsse dein Herz Ey was sind wir für eine geile Community Sinan wenn du den Typen klatsch bist du der König der Piraten Fast 1000 Daumen hoch ey bitte Noch gar nicht alles gecheckt hier Alter Anscheinend ist Gazis Versuch mit einem Stuhlkreislauf englisch zu beruhigen gescheitert Ey eure Kommentare sind göttlich Alter unnormal Digga ich bin so dankbar liebe Friends Wir haben so eine geile Community aufgebaut Ey danke an alle die supporten Danke an alle die am Start sind Danke an alle die Navid feiern Danke an alle die Gazi feiern Danke an alle die Ahmed feiern Marc feiern ey wir sind so geil Und genau Marc hat mich dran erinnert Freunde wir haben jetzt die 100.000 Abos geknackt Riesen riesen Dankeschön alles Lob gebührt Allah Prichst du mir Allah Ich wollte ehrlich sagen alles Lob gebührt euch Aber ihr wisst Lob immer Gott Aber euch natürlich ohne euch wäre das hier alles nicht machbar Deswegen vielen vielen Dank Wir verlosen natürlich den YouTube Button Den 100.000er Für die Community Dann haben wir zwei Stück Also ein für mich hier im Büro Und ein für euch Das heißt einer von euch wird das Ding dann gewinnen Wie wir das machen weiß ich noch nicht genau Das muss der Marc machen Roos hat auch die 100k geknackt Ey Glückwunsch an Roos Abi Der ehrenwerte Abi Der Cousin dritten Gratz von mir Auch nochmal Glückwunsch an den Cousin Roos Für 100k Abonnenten Ey wir haben 100k Abonnenten Digga in 7 oder 8 Monaten gemacht 7 Monate Digga wie geil ist das Kommt der 24 Stunden Stream Ja ich hab's euch versprochen Wenn ich 100k Abonnenten habe Mache ich den 24 Stunden Stream Bitte Bitte aber Nagelt mich nicht drauf fest Für die nächsten 2-3 Tage Ich werde das machen Bald Ihr wisst Ich hab in 3 Wochen ist der Kampf 3-4 Wochen ist der Kampf Ich muss also jetzt Mich auf das Training konzentrieren Und werde natürlich auch In der Zeit So oft live kommen wie ich kann Aber einen ganzen Tag Jetzt in dieser Vorbereitung Sofort rauszuballern Ist für mich Gerade nicht machbar Bitte habt Verständnis Ihr wisst Wir machen das Fallschirmspringen Werden wir auch machen Alles zu seiner Zeit Liebe Freunde Ich hab nichts vergessen Ich liebe euch Vielen Dank Für den krassen Support Wir gehen jetzt erstmal rüber Zu der Pressekonferenz Ich hab euch wieder Ein Kotelett an die Backe gelabert 24 Stunden Streaming ist klasse Wie willst du das machen Mit Handy? Ne ich penne da Wo? Ja ich penne einfach Du lässt das einfach die ganze Zeit laufen Ja klar Ich bin hier Kannst du 24 Stunden hier bleiben? Ja ich bin 24 Stunden hier live Genau mit Handy live So viel interessanter Hab ich dich jetzt gefickt live Ja hast mich gefickt Spaß geht gar nicht Mit Handy live Doch geht Aber das ist unständlich Ich werde hier 24 Stunden Streaming live gehen Du wirst natürlich am Start sein Gazi wird am Start sein Achmed wird zwischendurch kommen Marc muss zwischendurch kommen Dann müssen noch ein, zwei Shebebs kommen Mich zwischendurch auch mal hier Mich wach halten Und zwischendurch penne ich auch hinten Aber wir kriegen das alles hin So genug gelabert Gehen wir jetzt mal rüber Und checken wir mal hier mal alles ab Puh Nico Stiel Ja Nico Stiel ist bei dem 24 Stunden Streaming auch eingeladen Boah der furzt wieder die Mikros hier an Alter Wenn der nicht hier rumposaunt Mit dem Arsch Ne So Bevor wir mit dem Face-Off starten Ja Vielleicht mal kurz eine Frage an dich Was erhoffst du dir jetzt von diesem Face-Off? Farid guck ich auch durch den Einladen Ich habe ihm ein schönes Geschenk mitgebracht Das möchte ich ihm heute übergeben Und schauen wir mal Wohin das führen wird Darf ich da schon mal einen Blick reinwerfen Und schauen was da drin ist Ah ok Das hatte der verloren gehabt Das gebe ich ihm gleich zurück Ok Schauen wir mal wie der Sinan darauf reagieren wird Ja ich sehe er kommt jetzt gerade auch schon rein Hatte die Frage nicht verstanden Hä Hatte die Frage nicht verstanden Wer Ja ja Mo Ja Welche Frage Achso Entschuldigung Ich habe Ich war kurz benebelt Ich habe kurz Mal einen Blick reinwerfen Ich habe meinen Freund Sinan Was erhoffst du dir jetzt von diesem Face-Off? Ich habe meinem Freund Sinan ein schönes Ja Da hat Mo Abdallah die Frage nicht ganz verstanden Das ist genauso wie Fahrt mich mal So Ey Wir sehen uns gerade Grüß mich mal So einfach so Ey wie geht's Bruder? Gerade Auto gekauft Krass Warte Wie geht's Bruder? Gerade den Bus verpasst Soll ich dich fahren Bruder? Der fragt den was erhoffst du dir von dem Face-Off? Ja ich habe den Sinan ein Geschenk mitgemacht Ey Digga Ich sag doch Legende Sorry Freunde Ich habe den kurz gesagt Ball flach halten Auf jeden Fall Wir wissen alle Dass bei Mo nicht alles so ganz funktioniert Okay das haben wir jetzt auch hier mit der Fragestellung auch gecheckt Er ist natürlich ein krasser Kämpfer 100% aber im Gehen läuft nicht alles so rund Geschenk mitgebracht Das möchte ich ihm heute übergeben Und schauen wir mal Wohin das führen wird Darf ich doch schon mal einen Blick reinwerfen Und schauen was da drin ist Ah okay Das hatte der verloren gehabt Das gebe ich ihm gleich zurück Okay Schauen wir mal wie der Sinan darauf reagieren wird Ja ich sehe er kommt jetzt gerade auch schon rein Rückwärtsgang ist drin Ja ja genau Die Insider wissen Ja da kam ich Wie ist dir mein Bester? Alles Besseres Also das Beste kommt zum Schluss Schön dass du uns aufwärts Ah ja Ah Das Beste zum Schluss Habt ihr gehört wie ich atme Liebe Friends Das ist weil ich durch die Nase einfach keine Luft gekriegt habe Und jetzt immer noch nicht Ey das ist der Fakt so ab Digga Was ist mit deiner Angelegenheit? Ja Ich hab das Intro schon gerade gemacht mit Mo Ich hab ihn gefragt was er sich von diesem Faceoff hier erhofft Die selbe Frage an dich Was denkst du? Was soll ich denken? Wir haben den Jungen jetzt hier Ich hab ja noch nicht gehört was er jetzt dazu gesagt hat Ich schau ein bisschen weiter weg Aber wir gucken mal Lass mal erstmal ein bisschen hier alles einwirken Ich bin ja jetzt zum zweiten Mal hier am sitzen Und äh Guck mal Ich freu mich dass du hier bist Ich freu mich auch Wann boxen wir? Wann schlagen wir uns? Ich wollte sagen Wann schlagen wir uns? Woll ich so Ring live wieder sagen Aber ey das ist so geil Dass der Ring live Einfach den Moderator macht Es ist unnormal Weil Ring live Ihr wisst ja ich mag den Der ist auch einer der Ahnung hat Nicht wie der letzte Moderator Bei Universum Der Nuttensohn Also der da kommentiert hat Live Also nicht der da vor Ort war Der Kommentator von live Genau der Kommentator von live Der war so ein Nuttensohn Digga Wie kann man so hässlich sein alter Richtiger Peach Richtiger Peachy Boy Ne Auf jeden Fall für den Kommentator Gibt's auf jeden Fall kein Publicity mehr Nichts Keine Liebe Ring live ist cool Und das hat mir sehr gut gefallen Wie er das auch gemacht hat Ich hab grad schon von Mo gehört Der hat dir so ein kleines Geschenk hier vorbereitet Rainer Abi ist zurück Ich küss dein Herz Ein Geschenk hat er für mich? Willst du ihm das Geschenk schonmal überreichen? Wir können ja gerne überreichen Oder wollen wir das vielleicht später machen? Wir können auch später machen Das ist halt einmal für dich Sinan Kannst ja mal gerne reinschauen Das hattest du vergessen gehabt Du sagst ja du hast die größten Eier der Welt Also hier muss ich ehrlich sagen Ich hab mir das Geschenk so angeguckt Und ich hab gesehen Der Mo Der geht ein bisschen in die Kampfposition Ich hab gedacht Will er mir jetzt eine Donnern alter Der Saftsack Dann hab ich mir gedacht So bevor der das macht Mach ich das Man muss zu der Verteidigung von Mo Von der Butterbirne Der Andertaler Mo Sagen Jani was ist das Jani Muss man sagen Er hat den gut abgeblockt Der hat Reflexe Die hat er Reflex von Butterbirne Ist butterig da Butterig Das war sehr butterig Mann beachte bitte Gazi Geh weg Olam Geh weg Kollege Weg mit dir Weg Ey der Gazi schubst den so weg Wie oft soll ich da Du hast es immer noch nicht gelernt Diese fucking Taste Ich scheiße auf diese Taste Ich mach so wie ich es will Warte Warte Du sagst ja du hast Warte War bitte auf Gazi Wo ist das Juck Juck Hey Der Gazi wollte mit dem Basketball spielen Mann sagt Dieser Typ Wie sollt ihr euch Hey wie hat der diesen dicken Typen Weggeschleudert Der Typ Wiegt locker 100 Kilo Oder so Der Gazi hat den einfach Hey guck mal Mein Gesicht Ausdruck Bitte Guck mal hier ist Navid Alter Ey Digga Alter Hier sind wir Ey ich sag euch Eine Sache Wir sind da alle hingefallen Und ich hab Beim runterfallen Hab ich noch versucht Den Moor auf den Schädel zu hauen Und ich sage euch Das Riesenbaby Ist auf mich drauf gefallen Digga Und ich schwöre euch Das soll es auf ein LKW Auf mich drauf gefallen Später hab ich gefragt Wie viel wiegt der Fettsack Digga der wiegt 135 Kilo Ja ne ich wiege 100 Kilo Digga Ich kämpfe gegen einen Der 135 ist Das ist 35 Kilo Unterschied Ja ne Er ist 20 Zentimeter Größer als ich Er ist Profi Er wiegt 35 Kilo Schwerer als ich Ja ne Was sind das für Faire Umstände hier Ja baby Die Tyson war auch Bruder Aber 35 Kilo Ist ne Ist ne Hausnummer 35 Kilo ist nicht wenig Stimmt Stimmt Ja ne Der hat ja Die Vorteile Sein Vater Was soll ich meine Ja ne Der ist ein Elefant Ja Richtig Ein Elefant Marken Stichwort Für dich Ne Guck mal Ich weiß nicht mehr genau Irgendeiner ist auf mich drauf Weiß ich noch was War das Butterbier denn Der ist ein Adler Das bin ich Nein aber Auf mein Bein Aber auf mein Bein Lag auch irgendeiner Ja Eine Eskalation Ach das war ihr beide Guck ich flicke jetzt auch Mit dir runter Aha Ich dachte das war Butterbier denn Okay sorry Friends Ich dachte die ganze Zeit Moos auf mich drauf gefallen Alter Dann waren dann die Zwei Shababs Alter Kein Wunder das halt so schwer war Der Kampf Beginnt Da war den Marlon wieder Wir haben abgemacht Schau mal Ich hab gar nichts abgemacht Ich hab Action gemacht Bruder hör mir zu Heute wird Action gemacht Und wenn das alles hier nicht klappt Gehen wir heute in den Knast Dickie Schwortlich Äh Genau Guck mal Ring live Ja Guck mal wie geil Ring live da steht Der hat das ganze Ding einfach weiter moderiert Ja Action Äh Die Stars Schwortlich Äh Ja es ist ganz kurz mal eskaliert hier Freunde Also Es ist ganz kurz eskaliert Ja Sind gerade 20 Kanacken aufeinander losgegangen War kurz Eine Meinungsverschiedenheit Ja Jetzt Weiter im Programm Tigger Die Das Blut kocht über Zwei Testosteron geladene Männer Die es kaum erwarten können Gegeneinander zu kämpfen Ach guck mal der Typ der gerade sie geschubst hat hat Rückflugticket bekommen Was hat er? Rückflugticket bekommen Mal uns gemeinsam hinzusetzen Und das Face-Off weiterzuführen Das war wild So Jungs komm Setzt euch Setzt euch Wir machen es vernünftig Wie wir sehen können Der hat zwischen den beiden Ist auf jeden Fall nicht gespielt Sondern hast du Rechnung bekommen Ja das hat der Hat der Otto mir gesagt Der Ismail Als hätte ich die Eier mitgebracht Natürlich habe ich die Eier mitgebracht Meine Eier habe ich mitgebracht Aber der Mo hat ja keine eigenen Eier Deswegen hat er sich welche gekauft Ja und die sind dann auch kaputt gegangen Das muss auf seinen Kopf gehen Ja ne Wir versuchen jetzt nochmal Das Face-Off hier ein bisschen weiterzuführen Vielleicht glaubt das ja Mo sitzt schon da Er soll keine Filme machen So Jungs komm wir machen es vernünftig Setzen wir uns Wir möchten ein bisschen über den Kampf reden Habe ich leider Dinget ne Eier in den Ahnen gab es Digger Diese Pampers Die springen keine XXL mit Deine Größe gibt es nichts Ich hab das mit dem Pampers Ich verstanden Marc sagt Achte auf seine Reflexe Wenn du die Windel Wollte ich gerade sagen Ich scho auf alles Guck mal bitte Ey die Windel kam in Zeitlupe angeflogen Der Mo wollte die Windel essen glaube ich Achtet mal jetzt Ich bring dir eine XXL mit Weil denn deine Größe gibt es nichts Warte mal Gib mir mal eine Ach ja ne Was Scheiße Also die Reaktion Jeff 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 Die fliegende Windel Die ist natürlich Hat er nicht kommen sehen Was ist passiert Was ist geschehen Er hat die Windel Nicht kommen sehen Scheiße Gut Ey Vielleicht war das die erste Sparringseinheit vor dem Kampf Oder die zweite Oder gib mir ein Handtuch Handtuch Sorry Bro Aber So eine Eier-Action Bruder Bin ich durchgeregt kurz Ich verstehe das Emotionen kochen über Wie gesagt Zwei Testosteron geladene Männer Die kurz vor einem Kampf stehen Da kann es auf jeden Fall Mal kurz eskalieren Der Ringleif Denken sich so Digga wo bin ich gelandet Richtig Kanackenveranstaltung So mäßig So voll die Kanacken Ich bin so der Allmann In der Mitte Und dann Kein Wunder Wenn man so zwei Kanacken Aufeinander loslässt Geht alles schief Denkt er sich so im Kopf So weiß ich meine Der arme Ringleif Alter Jetzt versuchen wir es aber noch mal Ein bisschen Gentleman like Keine weiteren Prügeleien Jetzt müssen wir den Sport Mal ein bisschen in den Vordergrund Drücken Und uns ein bisschen Über den Kampf unterhalten Ich weiß gerade gar Ringleif ist Armenier Achso Scheiße Ich dachte der wäre ein Mann Also no front Also Armenier auch cool Bruder Wusste ich nicht Ich weiß gar nicht mehr Wo wir stehen geblieben sind Aber ich Der will Eier zerquetschen Hat der gesagt Er ist Eiermann geworden Genau Was macht das denn jetzt Das Bescheid Ey bitte achtet mal drauf Wie der Mo lacht Wenn ich sage Der ist Eiermann geworden Bitte Warte mal Der nachdenkliche Der nachdenkliche Der nachdenkliche Warte Lass mal laufen Kommt das jetzt Der will Eier zerquetschen Hat der gesagt Er ist Eiermann geworden Genau Was macht das denn jetzt Das Bescheid Der Witz kam fünf Sekunden später Oh Mark hat Mark hat wieder einen Link Was ist das hier Mark du bist so ein Hund Mark du bist ein richtiger Wichser Mark ich schwöre dir Mach einen Bild groß Fuck man Wie sagt dir ehrlich Bruder Ich habe gedacht Wir machen einen kurzen Face Auf Quatsch Nein ein bisschen Beantworten Bei Frank Und dann muss der hier so Wichtiger Anruf Duisburger Zoo Die wollen Klammer auf dem Zurück haben Ich erkläre ich später Das ist wo ich angekommen Das ist wo ich angekommen Das ist wo ich angekommen Ich muss wieder Ich muss wieder Wir erinnern uns Bruder ich weiß was du denn schreibst Warte Nein Da geht der hundertprozentig darauf ein Das fuckt den richtig ab Du Neandertaler Was bringst du Eier mit Weißt du was du denn schreiben musst Darauf geht der hundertprozentig ein Lack was bringst du Was denn Vertraue mir Was denn Warum hast du Sinan herausgefordert Warte Lack du neandertal Was bringst du Eier mit Und Forderst Sinan Raus Ja Maniak Forderst Schreib mal forderst Ist doch egal man Der kann das nicht zusammensetzen Mahnen Der kann sich nicht denken Was du meinst Doch der wird das Wie Gummi das sehen Da ist doch Der G Freunde werden mich natürlich Hier noch nicht folgen Aber ganz schnell Ran an die Wurst Ja man Auf jeden Fall Soll ich mal kurz rangehen Na alles gut Bestattungsinstitut Die wollen fragen Welche Größe der hat Ja Gazi Simmo Libanese Warte Ey dein Akku geht gleich leer Ja was ist da los Bist du noch im Studio Ja Bruder ich bin noch hier im Studio Der Josch ist hier Der Mixus ist hier Der Navid ist hier Osama ist hier Bruder Wir sind auch jemand am Gas geht Bruder Aber nicht bin Laden oder Bruder ich bin Navid Da ist noch ein Navid Ich bin der einzige Navid Bruder das ist der Navid Der war schon da bevor du gekommen bist Bruder Ey Gazi Ja Bruder Wir haben alle aus der Community Wir haben alle ne Frage an dich Bitte Bruder Mit welcher Kraft Hast du diesen 150 Kilo Schweren Waschmaschine Da weggeschleudert Du hast ja gesagt Ehrlich Bruder Wer die letzten drei Monate Durchbäume gepflanzt hat Der hat schon ne Kraft angeeignet Digga der Typ ist immer noch am Rollen Ey Sinan Bruder wir stehen zusammen Wir fallen zusammen Bruder Ich küss dein Herz Du weißt Bad Boys for Life Diggi Bad Boys for Life Digga ich küss dein Auber Schnell schöne Grüße An die ganzen Hey Diggi du kommst wie 30 Komm An Kusi Gang Tanger Kartell An Publicity Army Okay Meld dich später Bruder Okay Bruder Ich mach weiter Bruder Ja schöne Grüße an euch alle Ich küss dein Herz Mein Bruder Bis später Ciao ciao Mein Bruder Alle Kommen Salam Bruder So Das war unser Bruder Gazi So Ihr erinnert euch alle ne An den ersten Telefon Anruf Da 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 musste natürlich Dann der hier auch sein Nein Das ist ein Kump Das wir ihn halten müssen Ich finde das wirklich lustig Aber ist kein Problem Abgerechnet wird auch Das ist das Problem Sinan Auf jeden Fall Eine sehr lustige Dynamik Erst von der Mastenspielerei Jetzt über zu späßen Über die beide lachen Aber finde ich gut Dass wir das gerade mit Humor nehmen können Der Kampfsport hat immer Überraschungen mit am Start Er hat Überraschungseier Ja Ja Und ist ja auch ein witziger Mensch Ich lache da ja auch selber drüber Nur Er hat vergessen Oder er weiß noch nicht Was auf ihn zukommt Das ist das Problem Sinan Du weißt nicht Du musst dich ein bisschen mehr zurückhalten Dein Rotzlöffelbruder vor allem Der bringt Sprüche Der weiß gar nicht Der weiß gar nicht Was er dir damit antut Ja Nach dem Kamp will natürlich Halt dich zurück Sinan Da will der Mo wahrscheinlich den Roos raus Vor allem auf den Kampfs Ne Weil das Ich merke mir das Ich vergesse das nicht Und dann am 5. Ich schreib mir das nicht auf Es ist alles hier oben Ja ja Und am 5. wird abgerechnet Da wird dir keiner helfen kommen Du stehst alleine im Ring mit mir Du bist nicht der erste Kolosse nicht runterhole Ja Auf der Straße ist was anderes Aber Der gute Mo weiß Wie viele Leute Die ich schon auf der Straße runtergeholt habe Das ist hier auch kein Geheimnis Aber Da darf man nicht vergessen Hat der Mo auch recht Im Ring ist was anderes Das stimmt Ah Mo Abdallah Boxing hat ein Abo an die Community verschenkt Vielen Dank Aber Wie gesagt Freunde Straße ist was anderes Da hat der Recht Das kann man den auch nicht wegnehmen den Mo Der ist stark Der ist auch 35 Kilo schwerer als ich Der ist auch viel größer als ich Und der ist halt viel erfahrener im Ring als ich Das stimmt alles Kann man nichts gegen sagen Deswegen Äh 7 6 7 6 Amankoi 5 Abos an die Community Vielen vielen Dank mein Bruder Ich küsse dein Herz Dankeschön Da hat der natürlich recht Da kann man nichts gegen sagen Aber wir werden uns nicht äh Irgendwie klein machen lassen Und werden auch keinen Rückzieher machen Liebe Friends Ihr kennt mich Ne Wir sind hier eine Gang alter Der kommt zu äh Der kommt in die Höhle des Löwens alter Nach Oberhausen Quasi von meiner Haustür Und wir werden dort marschieren Bis zum bitteren Ende Egal wie das Ergebnis für mich ausgeht Ich bin marsch Ich bin marsch Ich werde marschieren Und Ich lass mich von niemanden Irgendwie zurückziehen Oder sonst irgendwas Okay Ist mir scheißegal Ich hol mir meinen Hack Ich werde einiges äh Gerade biegen Und werde Durch die Wand marschieren Digga Äh wie groß der ist weiß ich nicht Ich glaube 1,97 1,96 1,96 Irgendwie Keine Ahnung Auf der Straße ist was anderes Aber ist sicherlich Ne Seidig wenn du gewinnst Aber du letztendlich bist du ein Profi Ja ne auf welche Auf was willst du dich freuen Dass du einen Anfänger im Ring besiegt hast Nein für mich ist das nur ein Job Für ihn ist das nur ein Job Der ist ja ein Auftragskiller Der ist Auftragsboxer Baby du bist nur ein Job Guck mal Wir haben einen Auftrag für dich Du boxt heute jemand Hier ist das Geld Er ist Auftragsboxer Ich boxe den Tod Ihr kennt alle Hitman Ne alles nur ein Job Also der Mo zieht die Handschuhe nur an Wenn es einen Job gibt Er ist Auftragskiller Auftragsboxer Dürft ihr alle nicht vergessen An der Stelle Ja du bist auch nur ein Job für mich Einen den ich abmarke Dann den nächsten Genau Ein Tag nach dem Kampf Bist du zu den Akten gelegt Dann ist Meanderthaler Mo Schnee von gestern Ja gar kein Problem Dann kann die nächste Akte aufgerollt werden Gar kein Problem Ich hoffe dass du überhaupt Dann noch Akten aufräumen kannst Nach dem Kampf Ich hoffe dass du gesund aus dem Kampf rauskommst Weil ich höre ja Es wird ja gemunkelt Dass du nicht mit 10 Unsinn kämpfen möchtest Wie schön Wie geil er sagt Es wird gemunkelt Dass ich nicht mit 10er Unzen kämpfen will Wie Wie kann man sowas munkeln Wen habe ich denn das erzählt Als ich das nicht machen will Mich hat ja keiner gefragt Ja Es ist klar Dass wir locker mit den 14ern kämpfen werden Ja 10er habe ich auch nichts gegen Aber ich glaube die Veranstaltung lässt das gar nicht Ja Der Typ alter Überleg mal Freunde Der ist schon Zwei Meter größer als ich Er wiegt schon 30 Kilo schwerer als ich Ist auch noch Ja Ist auch noch erfahren als ich Und jetzt will er auch noch fast so Jetzt will er auch noch so 10er Unzen haben Damit er so ein bisschen schneller ist Ne Der bockt ja irgendwie in Zeitlupe hier Was will er noch Was will er noch Will er noch Äh Keine Ahnung Am besten wir fesseln dich Na ja genau Am besten ist ich mach Augen zu Und wir fesseln dich Am besten ist ich mach noch die Augen zu Und er darf so schlagen Und ich muss so gucken wo der ist Weil er ja so groß ist Das heißt Man trifft den ja dann Was ist da für Logik hier alles Der will so alles Der will so alles was seine Vorteile entspricht Wissen was ich meine Ja ne Ich sag doch auch nicht kämpfen mit einem Arm Was ist mit dir Ne Wenn du mit höhere Unzen kämpfen möchtest Gerne Ich kann auch hart zu stark zuhauen Wenn du mir deine Garsche gibst Dann hau ich auch nicht so fest Wenn du möchtest Dann können wir auch höhere Unzen nehmen Wir können auch ohne Handschuhe kämpfen Können wir auch Ferdig Das wäre kein Problem Guck mal du kennst mich Wir haben schon auch im Ring gekämpft Habe ich Angst vor Schläge Sehe ich aus ob ich Angst vor Schläge habe Warte mal ehrlich Er hatte wie viele Unzen hattest du an 18er 18er 16er 25er Ich hatte 15 Aber am Anfang hatte ich 25er Das waren 14 Unzen 10er sind was ganz anderes Siehst du diese Hände Wie sind diese Faust Ich leh diese Hände Die haben schon einige Leute schlafen geschickt Ja Ja Du bist der Nächste Du bist nur eine Nummer bei mir Ja Du bist nur eine Nummer Das hat der Beamte Das hat der Beamte zu mir im Knast gesagt Du bist nur eine Nummer Da kam der Mo mir leicht als Beamter rüber Guck mal die ich abhacken werde Ich werde dafür bezahlt Gut bezahlt Warum soll ich das nicht annehmen Bruder guck mal ich sag dir was Genieß das Genieß diese Aufmerksamkeit Die du kriegst Die hatte ich schon vorher auch gehabt Genieß dieses Geld was du einmal in deinem Leben Durch mich jetzt verdient hast Ja durch dich Ne Durch dich Du hast nicht herausgefordert Ich bin für dich Jobcenter Ich gebe Arbeitsplätze Du hast bei mir jetzt einen Job gekriegt Hast du eine gute Bezahlung gekriegt Gönn dir das Geld Fahr damit nach Mabea eine Woche Kannst zu Werner fahren Eine Runde Die Landschaft kann er dir zeigen Haust das Geld auf den Kopf Und dann kommst du pleite zurück Und dann versuchst du den nächsten Gegner rauszufordern Du hast nicht herausgefordert Lass mal hier keine Scheiße Guck mal wie ihn das abfuckt Ey Guck mal ne Der Neandertaler ne Der hat jetzt einmal in seinem Leben Einen Boxkampf Wo er ein bisschen Geld verdient Eigentlich Eigentlich musst du Eigentlich musst du Mir dankbar sein Digga Du Du verdienst durch Durch mich Durch mich kriegst du dein Brot Du verdienst dein Brot durch mich Habibi Und du hast nicht nur dein Brot durch mich verdient Habibi Ich hab dir sogar noch den Käse gegeben Ich hab dir noch den Aufstrich gegeben Da hat diese Brot Butter drauf gemacht Ich hab für dich noch Gefüllt Verstehst du was ich meine? Wenn du korrekt bist kommt noch Pute drauf Bisschen Dankbarkeit wär angebracht eigentlich Du hast mich doch herausgefordert Hör auf zu lügen Hör auf zu lügen Dann kriegst du gleich das nächste Ding auf den Kopf Ja Ist nicht lustig Ist nicht lustig Ist nicht lustig Nein 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 Das ist nicht lustig Digga Der Typ ist einfach von einem Moment auf den anderen Dreht der so voll durch Ich sag euch Mit dem stimmt echt was nicht Also ich schwörs euch Ne Ich sag den Ey ich sag so voll die Sachen gegen den Der lacht Dann Dann lach ich über Über das was er sagt Dann dreht er durch Das ist so mehr Beleidigung für den Keine Ahnung Ey Mona Beste Cousine ist wieder am Start Oder ist doch die Cousine vom letzten Mal oder? Drei Abos an die Community Vielen vielen Dank Mona Ich hab den herausgefordert Ja hast du doch Hast du doch Hast du oder hast du nicht Würde mir auf die Idee kommen Ja ja So ein Opfer wie dich herauszufordern Du bist ein Opfer Nicht mehr nicht weniger hast du verstanden? Du Opfer Nicht mehr nicht weniger Nicht mehr nicht weniger Hat einer ein Leckerli hier? Der Mo wusste kurz nicht was ein Leckerli ist Warte Ja hast du doch Hast du doch Hast du oder hast du nicht Würde mir auf die Idee kommen Ja ja So ein Opfer wie dich herauszufordern Du bist ein Opfer Nicht mehr nicht weniger hast du verstanden? Okay Wir versuchen das Ganze nochmal weiterhin ruhig zu halten Hat einer ein Leckerli hier? Alles gut Sina 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 Geh doch mal ein bisschen auf das Thema ein So Es wird diskutiert Wer hat wen herausgefordert Oder ich sag dir eigentlich Guck mal willst du die Wahrheit wissen? Die Wahrheit ist so Ich kann mich gar nicht mehr zu 100% an der Chronologie Unsere Streit Das kann ich mich zu 100% gar nicht mehr erinnern Weil es so viel vorgefallen Er hat Sachen gesagt Ich hab Sachen Kannst du doch nicht solche Wörter benutzen Was halt? Chronologie oder Weißt du doch gar nicht was du meinst Ja das ist ja unwichtig Übersetzen das mal jetzt Unsere Community weiß was das bedeutet Der Mo braucht da ja auch nicht irgendwas zu wissen Er ist ja eh durch Wie gesagt der Mo hat einfach gegen mich geschossen Ihr wisst das alle Ja wegen diversen Sachen Egal wegen was Er hat auf einmal gegen mich geschossen Ja und äh Digga Hat sich da in irgendwas reingestürzt Wo der da selber auch nicht mehr rausgekommen ist Ganz einfach Ich hab gesagt Ich weiß nur Ich hab im Livestream Hab ich auf seine Ansage reagiert Irgendwas war da keine Ahnung Der hat Welle gemacht wegen irgendwas Und dann hab ich gesagt Ja komm ran Für mich ist das ja auch kein Problem So Und er hat sich das so zu Herzen genommen Dass er direkt mit einer Ansage gemacht hat Ja hier komm Du hast 16er Unsinn Und ich hab 10er Und das hab ich noch im Kopf Und da war der mit 1-2 Jungs von sich Keine Ahnung So Und dann war das irgendwann Das Thema war dann irgendwann von dich glaube ich Keine Ahnung Und dann irgendwann gab es wieder Stichelein Zwischen ihnen und meinem Bruder So Und ähm Ja und ich lass mir diese Stichelein Die sind mein Bruder ja auch nicht gefallen Der ist mein Bruder Der ist mein Blut Weißt du Und wenn er da im Kinderzimmer sitzen Ja Mit seinen Stingenden unter Hosen Und Schuppen im Haar Ja 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 Und da irgendwie Twitch Irgendeinen Quatsch erzählen Er kommt Twitch 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 Guck mal Der Bruce Der ist seit 20 Jahren am Machen Der ist seit 20 Jahren am Malochen Zu der Zeit als Bruce angefangen hat Deutschland zu rasieren Digga Da hat der Mo noch nicht mal gewusst wie Boxhandschuhe aussehen Okay Bei deinen Twitch Okay Bruce ist ein Ehrenabi Digga Und äh Was der Was Bruce alles durchgemacht hat Ich will nicht wissen Ob der Mo das auch nur ansatzweise durchgestanden hätte Ihr wisst selber alle Bruce ist mies krank Der war kurz vorm Sterben Digga Hat während der kurz vorm Digga ihr wisst das alle Ihr wisst das alle wie lange der im Krankenhaus war Ihr kennt die Storys aller Der Bruce hat einiges mitgemacht Digga Das hätte der Mo im Leben nicht Das hätte der Mo im Leben nicht geschafft Ne Am Ende natürlich weiß das nur Gott Aber So ein Kampfgeist was der Bruce am Tag gelegt hat Das hätte der Mo Das hat der Mo mit seiner ganzen Boxkarriere nicht gemacht Ja Also Da Bitte Diese Wenn Bruce ein Boxer wär Mit sein Mit seine Willenstärke Digga Digga Dann müsste ich nicht kämpfen Dann hätte Bruce gegen den gekämpft Wenn Bruce hätte dann zerfleisch Digga Wir sind hier im echten Leben Er kauft seine unter und wenigsten selber nicht wie du Ja ich kauf dir auch selber Ich wollte mal aus seinem Kinderzimmer erstmal ausziehen Ich kauf dir auch selber Du bist ein Arschloch Nein du bist einer Spiegel Spiegel YouTube Zinker Der einzige Zinker bist du Du bist der Zinker Einmal wie du ist ein Zinker Der liegt Sprachnotizen Und so Das ist das moderne Zinken So ich hab mit irgendeinem Streit Fuck irgendeins nicht irgendeiner Das ist seine Existenz Das ist sein Brot Das ist mein Freund Was hab ich mit seinem Brot zu tun Was hab ich damit zu tun Du bist doch dafür verantwortlich Dass er das nicht mehr hat Nein das stimmt doch überhaupt nicht Bro sind privat ist so Also Bruder ist privat Du warst nicht im Stream dabei Du weißt nicht worum es geht Nee Das war hey Bro ist privat Naja wisst ihr selber Das stimmt Hättest du dich mal informiert Dann wüsst du das ist Habe ich doch Habe ich doch Ja ja genau Er hat ein neues Wort gelernt von Sinan Zinker Ja ich schwör's dir Ist egal Aber weißt du was das ist Weißt du was das ist Ihr seid die Besten in Tatsachen verdrehen Ihr verdreht Tatsachen Wir verdreht Tatsachen Ich kann auch wieder anfangen Ganz weit zurück Aber ich will das nicht Ich kann wieder ganz weit hinter Er will das nicht Er möchte es nicht Der ist so ein guter Nein nein Der ist so ein guter Mensch Er will das alles gar nicht Ich sag euch wirklich Freunde Ich sag euch ernsthaft Der hat eine falsche Wahrnehmung von der Realität Ich mein das voll ernst Ich mein der kann ja sein dass er ein lieber Kerl ist Mag sein Aber Bro Der hat den Rückwärtsgang drinnen alter Aber wirklich auch schon seit einer halben Stunde Das qualmt Die Getriebe geht gleich kaputt Digga Warum ist das passiert Weißt du ganz genau Ein Mann tut das was ein Mann tun muss Wenn du der Meinung bist du musst irgendwas sagen Dann sag das Ich hab kein Problem mit mir Guck mal ich werde dich erzielen im Regen Werde dich erzielen Dann zeige ich immer was ein Mann ist Ja ich werde jetzt sagen was ein Mann ist Ja Guck mal ein Profi 40 Kilo schwerer als ich Schwing große Reden Was soll ich dazu noch sagen Für mich ist kein Problem Du hast es vorher überlegen müssen Überleg doch vorher Ich brauche nicht überlegen Ja dann halt die Fresse Ich hab nicht überlegen Dann halt deine Fresse Guck mal wie groß deine Fresse ist Da gibst du dich mal Maulkorb für Da muss man extra Bestellung machen dafür Und jetzt Und jetzt Weiß jemand Weiß jemand wo man irgendeinen großen XXL Maulkorb bestellen kann Das machen wir den Mohr dann auch als Geschenk Fürs nächste Mal Bei der Waage Bringst du einen Maulkorb mit für den Das ist eine gute Idee Und jetzt Zumindest kann ich mich selber tragen Ja Ich stehe alleine Ja ich werde auch getragen Weißt du Ist ja nicht so dass ich Wie gesagt Wie gesagt Guck mal ich hab kein Problem Ich geh mit in den Ring Ob der Profi ist oder nicht Amateur oder nicht Für mich ist das kein Problem Wir gehen in den Ring Wir können das klären Entweder gewinn ich oder gewinnt Für mich ist das egal Ich hab nichts zu verlieren Für mich ist das so Für mich ist das so Fakten Ein weiteres Ding Was ich gemacht habe in meiner Karriere Einfach so Zack 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 Abhacken Abhacken So Mo hat vorhin gesagt Du kannst dich auf eine Überraschung gefasst machen Denkst du aber vielleicht Dass du irgendwie eine Möglichkeit hast Das Ding umzudrehen Und ihn dann zu überraschen Allah Bruder Sag dir ehrlich Nur Gott weiß Guck mal egal Egal Guck mal Der ist dämlich Wissen wir alle Ist okay Aber der ist ein Kampf erfahren Aber der ist ein Kampf erfahren Ist der Der ist ein krasser Kämpfer Kann man nichts gegen sagen Er hat einen starken Bums drauf Er ist groß Er ist kräftig Darf man alles nicht unterschätzen So Aber Ich lass mich davon nicht beeinflussen Und ich werde natürlich mein Bestes geben So dass er Auch er sich denkt Okay Das hat mich jetzt überrascht So Und wenn ich das schaffe Ist auch ein Fortschritt für mich Wenn man einen Profi überrascht Ist auch ein kleiner Erfolg Selbst wenn ich den Kampf nicht gewinnen sollte Aber er hatte hart an mir zu kämpfen Bruder ist ein Meilenstein Verstehst du so Keiner spricht seine Qualitäten als Kämpfer ab So natürlich sein IQ Ist natürlich Ne unterste Klasse Aber Kampftechnik Ja Hat er aber Sag mal ehrlich Ey Mir wird das jetzt erst so bewusst Wenn ich das nochmal so angeguckt Was ich da alles zu dem gesagt habe Scheiß muss das nochmal anhören Digga Schwinden sollte Aber er hatte hart an mir zu kämpfen Bruder ist ein Meilenstein Verstehst du so Keiner spricht seine Qualitäten als Kämpfer ab So natürlich sein IQ Ist natürlich Ne unterste Klasse Aber Kampftechnik Ja Hat er aber Was Genzeit angeht Natürlich Andere Geschichte Aber wie gesagt Ziehen wir durch Du standest ja schon Ich hab ja schon ein kleines Sparling miteinander gemacht Wenn ich mich nicht täusche Du standest schon mit ihm im Ring Du hast schon mal ein bisschen seine Qualitäten Welche Qualitäten Das will ich dich jetzt fragen Welche Qualitäten Große Regen zu schwingen Du hast ja schon seine Qualitäten im Ring vielleicht ein bisschen zu spüren bekommen Was kannst du darüber sagen Was erwartest du Was erhoffst du dir oder was erwartest du von dem Kampf Überhaupt nichts gespürt Außer seinen Angstverschweiß Hab ich gerochen Ja Die Angst in seinen Augen Hab ich gesehen Was soll ich zu spüren Ich hatte eine Mandelentzündung Lungenentzündung Ich bin da hingegangen Um die zu unterstützen Ja Dann fängt er an Da vor der Kamera cool zu werden Reden zu schwingen Dann hab ich gesagt Komm Gehen wir rein Komm 10% Hab ich geschlagen Mit Lungenentzündung Mandelentzündung Ja Und damit hatte der schon Äh Der hat schon 3 Jahre nicht mehr trainiert Äh Weißt du was Er hat ja schon Weißt du ich merke schon Er hat sich ja schon selber aufgegeben Aber ist nicht schlimm Ich hab mich selber aufgegeben Hey Digga Check dir jetzt was ich meine Der weiß gar nicht was der redet Und das was er da sagt Freunde mit der Mandelentzündung Und hast du nicht gesehen Der meint den Tag an dem ich mit ihm Sparring gemacht habe Vor ein halbes Jahr Einen Tag bevor wir uns da angefangen haben zu streiten Da hab ich schon 4-5 Gegner gehabt Und am Ende weil ich Team Smollig die ganze Zeit gesagt habe Auch Spaß wenn du gestichelt habe Aber auch wirklich auch Spaß Wirklich auch nicht ernst gemeint Das hat den so getriggert Dass er mich in den Sparring auseinander nehmen wollte Aber er hat es nicht geschafft Ist kein Problem Es ist keine Schande Du hast schon aufgegeben Ich merke das doch Ich merke das Aber es ist alles gut Ich kann mich auch trösten Ich tröste dich Ich nehme dich auch gerne in den Arm Ja ja ich kuscheln tue sie gerne Du willst ja unbedingt Kuscheln Ich werde dich danach trösten Ich helfe dir auch auf Und so weiter Ist kein Problem Du hast dich aufgegeben Ist in Ordnung Guck mal ich sag dir ganz ehrlich Die Wahrheit sieht so aus Auch für die Leute die hier sind Ich sag euch wie das ist Der Mo Der braucht eigentlich eine süße Umarmung Der braucht einen den Umarmung Sag guck mal Mach Liebe Das macht keiner bei dem Alle Alle hetzen nehmen Aber keiner nimmt in den Arm Da ist so ein bisschen die Liebe die fehlt Was ich nur Was ich nur einziger Respekt Was ich nur in seiner Seite spreche kann Ist sein Vater Sein Vater ist ein richtiger Mann mit Eier Der war im Ring Ich wusste nicht dass sein Vater ist Sein Vater ist ein richtiger Mann Der stand da Bruder wie ein Löwe Bruder 100% Der redet nicht viel Aber tu mal das Thema zur Seite Die Wahrheit sieht so aus Wir haben Sparring gemacht Ja guck mal wir haben Sparring gemacht Und ich hatte schon 4-5 Gegner Erst am Ende Gegner Da waren Kinder Irgendwelche 40-50 Kilo Schwere Leute Nein 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 Der hat aus den Gegnern Kinder gemacht Digger Kindergarten Leute Die Kämpfer Die Kämpfer Die Kämpfer Ah Das ist Champagne Ja Marc Ich wäre nicht ich Wenn ich nicht vorbereitet wäre Und dieses Kinderding Widerlegen könnte im Stream Denn was der gute Mo nicht weiß Wir hatten eine Kamera Und ich zeige euch jetzt mal Wer denn wirklich die Kinder waren Die denn angeblich Sparring gemacht haben Ah Zauersinnig Sieht das Sieht das aus wie ein Kind? Sieht das aus wie ein Kind? Sieht das aus wie ein Kind? Ja ne Der hat die Gegner Dinge gemacht von mir Starke Boxer waren das Starke Boxer Digga Der sagt 40 Kilo Kinder Achso 40 Kilo? Digga Der einzige der aussieht wie ein Kind ist der Ach das Dieb So Habt ihr selber gesehen meine Gegner So Und das sind nur 3 Stück 4 Stück die auf dem Bild waren Also der mit dem weißen Pulli Unser Bruderherz Unser AB Der hat jetzt nicht gekämpft Der war so Coach mäßig Ja Genau Der Mesut Die anderen Das ist Monit Entschuldigung Der hat gekämpft Blauen Shirt Ne Ja ich kann sogar die Videos abspielen Ja die Videos haben wir auch Aber ist egal Scheiß drauf Danke für den Dingens Für den Einblick mein Lieber Marc ist am Machen Marc ist am Machen Marc ist am Machen Marc schläft nicht Marc schläft nicht Man kann Man kann dich ja Man kann dich ja Man kann dich ja doch gebrauchen Man kann mich doch Für irgendwas kann man mich gebrauchen Ja Du bist doch nicht so ein Treffel wie ich dachte Ja 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 Mein Bruder Herz So friends So friends Ihr habt gesehen der mit blauem Shirt So schwer wie ich Altersklasse gleich Und der hat auch die so gemacht Die waren so jünger Der ist aber auch Profi Und der war auch Profi Der ist MMA Kämpfer Der war MMA Kämpfer Der Dieb Ja So gegen den habe ich Sparring gemacht Und noch gegen drei vier andere Und die anderen ja ok Zwei davon waren jünger Aber auch die hatten 60 Kämpfe Und da habe ich noch gegen einen älteren Mann gekämpft Den habe ich seinen Namen leider vergessen Starker Typ Und dann gedacht der das waren alles Der hat da so klein geredet Ja weil der Mo sich einfach nur Der Mo wollte sich einfach nur beweisen Mehr nicht Warte lass mich ausreden Guck mal das war ein Kämpfer Da war einer der war so 17, 18 Aber der hat schon 45 Kämpfe gehabt Und du weißt selber Es gehört nicht auf das Alter an Das ist ein erfahrener Boxer Aber gegen einen 18, 19 der Der seit 6, 7 Jahren Boxen gegen mich Kannst fast nichts ausrichten Weil der ist Motherfucker weißt du Aber ist egal ich habe mich den Sparring gestellt Weil es war so ein Training Ich musste einer gegen vier, fünf Leute So immer abwechseln Und ich weiß nicht mehr wie man das Superman Einer gegen vier, fünf Leute Der ist Superman geworden Ja Ich habe nur meinen roten Umhang vergessen Aber ist egal Auf jeden Fall Ich habe gegen die gekämpft Ich habe ein paar Sprüche auf dem Ding gemacht Aber so auf Humor Ich habe immer so wie ich bin Voll auf Humor Ich habe ein paar so Smalling Sprüche gemacht Also ich bin Team Smalling Aber so und Spaß Ich habe gedacht Der versteht diesen Humor Auf einmal ganz am Ende von der Spanien sagte Ja jetzt kämpfe ich Obwohl er am Anfang gesagt hat Ja ich bin ein bisschen krank Was heißt bisschen krank Ihr wusste ganz genau dass ich krank bin Bin ich Angst Habe ich dir geholfen Bandagen zu wickeln Habe ich dir geholfen oder nicht Jawohl der hat Bandagen gewickelt Ja Also ich war korrekt Der war groß gemacht Der hat mich groß gezogen Er hat mich 15 Jahre meines Lebens begleitet Er hat mich aufgebaut Der war dein Coach Er war mein Coach Er war mein Assistent Er war mein Fuso Er war alles in einer Person Er hat mir Bandagen gemacht Stellt euch mal vor Freunde Ihr geht irgendwo trainieren Und einer macht euch Bandagen Zwei Jahre später Ihr gewinnt den Lotto Dann ruft der Typ an Immer Erinnere dich dran Ich habe dir mal Bandagen gewickelt Weißt du noch? Weißt du noch? Schick mal Geld So Ja Milch gebracht Ich war korrekt zu dir Bis du angefangen hast Auf coole Sprüche zu machen Ich habe dir Tipps gegeben Ich habe dir gesagt Mach so mach so Das habe ich auch nicht vergessen Da habe ich auch keiner was gegen gesagt Aber das Problem ist Dass du angefangen hast Weil ich Sprüche wegen Small League gemacht habe Und das aus Humor gemeint habe Ich habe dir auch gesagt Guck mal ich will dich Ich habe dir auch ganz genau gesagt Guck mal ich finde ich eigentlich korrekt Ich will dich und Small League an einen Tisch bringen Dass ihr euch verträgt Habe ich das gesagt oder habe ich das nicht gesagt Hast du gesagt Seht ihr? Fakt Der Mo hat es ja auch selber auch bestätigt Meine Ambition Mein Ding Ihr kennt mich Ihr wisst wie ich bin Freunde Ihr wisst das alle Ihr wisst ich habe auch ein Rad ab Kein Thema Sido waren Vor 10-12 Jahren Al Pagan und Farid Bang Zwischen Flair Kollege Farid Ich war in jedem Beef War ich mit dabei Auch als im Hintergrund Und alle haben mich angerufen Massiv oder PA Der oder der Alle haben mich angerufen Ich war so das Monopol Von diesen ganzen Geschichten immer Savas Echo Ja ich war auch im Hintergrund Das klären das machen Mit dem reden Den seinen Hintermann anrufen Den seinen Hintermann ficken Dahin fahren dahin fahren Na was habe ich nicht alles gemacht Die Leute die Echten eingefleischten Leute wissen das Ja ne Und ich habe immer versucht Auch zu vermitteln Und die Leute zusammen zu bringen Bei Beefs Bei das Bei dies Jeder weiß das auch Manchmal War ich auch der Buhmann PA Casey habe ich auch probiert Ich habe mit Casey Sehr viele Gespräche gehabt früher Ne Wegen PA und so Hin und her Und auch umgekehrt Ne So Ha Da sind die meine Gegner hier Danke Mark Dankeschön Mark Also ich glaube der mit dem weißen Bart Der ist so 17 glaube ich Ja Der ist 17 wahrscheinlich Der mit dem blauen Shirt Der mit dem Bart ist glaube ich 18 geworden Bin ich mir nicht sicher Ach und hier haben wir ja Mo Mit den Uppercut kassiert Der hier gerade meinen Uppercut kriegt Guten Morgen Halleluja Halleluja Also man sieht deutlich Man sieht deutlich Wie jung die Kämpfer sind Ne Also Hast du gegen ihn auch gekämpft? Also Sparren gemacht? Genau Seht ihr den hier Den langen hinter dem mit dem weißen Haar Der ist jetzt auch Der ist auch ein sehr krasser Kämpfer Digga Der hier ist ein richtiger Maserfucker Der ist zwar ein bisschen jünger Aber der ist auch über 20 glaube ich Der ist so 22, 23 glaube ich Digga Der ist so ein krasser Kämpfer Der hat 70, 80 Kämpfe Wisst ihr was ich meine? Also Da hat der Mo Natürlich einen Realitätsverlust Ist ja auch klar Er lebt ja in einer anderen Zeitzone So Danke Mark Wo war ich stehen geblieben? Genau Die ganzen Beef Geschichten Alles Ich wollte immer alles zusammen bringen So und auch in dem Fall Wollte ich Smallick und Mo Zusammen bringen Weil ich einfach an das Gute Noch an den Menschen glaube Und Bock habe einfach Leuten zusammen zu bringen Und dass sie Spaß miteinander haben Und geile Business Dinger machen Und vorankommen Ich Wie viele Produzenten habe ich mit Rappers zusammen gemacht? Wie viele Produzenten die heute golden sind Oder platin sind Sie haben das wegen meinen Schwanz geschafft Und wenn ich die heute mal anrufe Ja ich habe zu tun Alle Menschen sind so Aber ich mache gerne Das ist nur ein Beispiel von Tausenden Wisst ihr was ich meine? Man kriegt sehr wenig zurück Das ist die Dankbarkeit der Cousin Für das was ich für viele Leute gemacht habe Kriegt man sehr wenig zurück Aber Aber Es ist egal Ich mache trotzdem von Herz Du wirst du was ich meine? So und dann wird mir so gedankt Dass er mir im Sparring Will er mich K.O. hauen Digga willst du mich verarschen alter? Aber du habe Dein Ego Oder irgendwas kam nicht drauf klar Dass ich diese Sprüche gemacht habe So ich bin Team Smallick Aber ich habe dabei gelacht Und ich habe dich trotzdem auch in den Arm genommen Ich habe Ey Bruder das ist nur Spaß Aber du hast es irgendwie zu ernst genommen Du hast es nicht realisiert Ich habe keine Ahnung Vielleicht hat einer von deinen Freunden Die ein Floh ins Ohr gesetzt Das kann auch sein Äh Ja kannst du mich zeigen Mark Ist easy Ich muss dich nicht bestreiten Dass das nicht von deinem eigenen Kopf gekommen ist Aber dann ist er in den Ring gekommen Und wollte mit mir Sparring machen Am Ende Du kannst einen kleinen Ausschnitt zeigen Mark Das ist gar kein Thema Schon im Arsch war Bruder und ich schwöre dir Der hat richtig durchgezogen Der wollte mich knock out machen Der wollte mich knock out machen Ich habe dir auf den Körper gehauen Ich habe dir auf den Körper gehauen Nicht auf den Kopf Genau Deswegen haben wir auch auf Arabisch gesagt Nicht zum Kopf Nicht zum Kopf Obwohl du mehrmals gegen meinen Kopf Einmal habe ich eine Bombe Und das war es Er sagte bitte nicht zum Kopf Bitte nicht zum Kopf Da habe ich auch noch Körper gehauen Wie gesagt Du bist ein erfahrener Boxer Wenn du dir das Sparring Video anguckst Weißt du was ich meine Wenn du deine Schläge dir anguckst Der hat durchgezogen Bruder So einfach ist das Und das war vor Vor halbes Jahr war das Ist auch egal Das ist glaube ich Einer der Streitauslöser gewesen Dass er Dass dieser Tag einfach Eskaliert ist So mit dem Sparring Mit den Sprüchen Dadurch hat unser Streit Richtig angefangen Weißt du was ich meine Er hat Sprüche gemacht Und ich lass doch auch keine Sprüche auf mir sitzen Warum soll ich das auf mir sitzen lassen Ich mach immer meine Witz Ich bin zu jedem korrekt und fair Ja ist so Also ich lese hier gerade einen Kommentar Der Mo ist eigentlich einer Der ist so ein Kuschelbär Er muss in den Arm genommen werden Ja ist ja auch so Mann der ist ja Vielleicht ist er ja privat Ich meine ich kannte ihn ja Auch davor schon Man hat sich hier und da gesehen Der war immer lieb Ich hab Ich hab ja mit ihm nichts Großartiges tun gehabt Der war immer lieb Vielleicht ist er auch ganz lieber Vielleicht sind auch die Leute Mit die er angefangen hat zu chillen Falscher Umgang für ihn Und er will sich halt bei Man gewissen Leuten beweisen Weiß ich nicht Ihr wisst selber wie das ist Manche Menschen sind voll korrekt Aber dann fangen die an Sich Also die versuchen sich dann Zu beweisen bei irgendwelchen Leuten Und Die aber gar nicht so sind Bruder wenn du nicht So bist Wie die Dann Versuch es doch gar nicht Es ist doch gar keine Schande Es ist doch gar keine Schande Weißt du Sei du selbst Du bist doch ein Boxer Du bist doch schon Äh äh Ein gestandener Mann sozusagen Du brauchst dich doch nicht Bei anderen Menschen einzuschleimen Oder versuchen So wie die zu sein Sei du selbst Digga Wisst ihr was ich meine Wenn du Wenn du versuchst An 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 Du hinterlässt selber keine eigenen Spuren Ja ne Man kann sich ein paar Vorbilder nehmen Man kann sich orientieren Aber einen eigenen Weg gehen Ist ein eigener Ist ein eigener Charakterschachzug Wisst ihr was ich meine liebe Freunde Das ist auch für euch Seid nicht wie alle Nehmt euch gute Beispiele Klar Seid irgendwie Guckt macht Aber ihr müsst selber Ihr müsst euch selbst Ihr müsst euch selbst treu sein Damit ihr einen Weg geht Wo ihr Selber aus euren eigenen Fehler lernt Wenn ihr Fehler von anderen nach macht Und deren Weg geht Ja ne Bitte ja Macht euer eigenes Ding Etabliert euch selber nach oben Mit euren eigenen Eier Verlasst euch nicht immer auf Eier der anderen Guck mal hier Ich habe einen Link Hier haben wir noch ein Video Dieser Mal haben wir noch ein Video Genau von dem Vlog Guck mal hier Doch 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 stopp Stopp neid stopp Der ist zu Ende Der undega Etwa Der hat dir schon 500 Der ist zu Ende Demo geht nach Soh Moreover soh er sagt auch am Ende zu mir Sehr gut Das ist ja der Vlog Wo ich euch versprochen hab Den mal raus zu hauen Ne Guck mal hier Stopp, 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 stopp Habt ihr gesehen? So Und er sagt, er wollte nicht zu meinem Kopf hauen Guck mal, wie er hier ausholt, Digga Willst du mich veracht? Er wollte mich Knockout machen So Und ich möchte dem Mo auch hier nicht unterstellen Vielleicht war das auch nicht so Aber wenn ich das so sehe, dann sieht das so aus Und in einem Sparring Ihr wisst selber Kann auch sein, dass man härter macht Okay Passiert Es ist mir auch schon passiert, dass ich übertrieben habe Und das auch selber nicht gecheckt habe Aber ich habe das bei Leuten gemacht Oder ich habe das nur einmal sogar gehabt Da war mein Gegner ein erfahrener Er war krass Aber hier, ich bin noch gar nicht erfahren Ihr wisst selber, seit halbes Jahr erst Das war vor dem Bösemannkampf Da war ich überhaupt nicht am Training, nicht in Form, nichts Guckt euch das an Guckt mal bitte ganz genau hin Ich gehe da schon runter Weil ich da noch nicht so richtig wusste Wie man eine richtige Deckung macht Stopp, 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 stopp Das Video ist von 7. März 2022 Wie lange ist das her also? Verdammt, Leute Genau, Denison Da habe ich übertrieben Und da sage ich euch Habe ich mich tausendmal entschuldigt bei Denison Hundertmal Und ich sage euch Ich hätte das Video mit Denison niemals rausgehauen Hätte der nicht gedacht Nein, es kann rausgehen Ich habe ihn hundertmal gefragt Ich habe mich auch hundertmal bei ihm entschuldigt Sieben Monate, genau So, ich kann euch das sogar noch Hier, guck mal Ich zeige euch das nochmal Guckt mal, liebe Freunde Damit ihr mir auch nochmal Dass ihr das auch nochmal selber sehen könnt Ne, Thema Denison Ne Ah, ich habe es geschrieben Okay, es ist schwer jetzt zu zeigen Ha Aha Amen, Koi Tschüss So 9. September Bruder Waller Tut mir leid Wenn ich zu Feste gemacht habe Ich wollte dich nicht verletzen Oder demütigen Oder sonst was Du warst so gut und stark Ich habe mich Dann nicht mehr so unter Kontrolle gehabt Sorry, Brä Und er hat dann Auch geantwortet Und meinte Nein, alles war super Und so weiter und so fort So Und jetzt Ganz kurz Genau, liebe Freunde Ich habe mich bei den Runden mit Denison Mehrmals entschuldigt Das ist ja natürlich nicht auf Cam Das habe ich dann privat Ey, so ey Abbrechen Auch mal aufhören Mehrmals Also nein, weiter Sehr gut Ich lerne auch So Und manche Schläge Ich sage euch wirklich Die sahen bei mir sehr hart aus Weil ich das auch so gezeigt habe Als ob das hart wäre Die waren Ich habe auch abgefedert Abgestoppt So zum Körper und so Das ist Für euch sah es natürlich Wow aus Man will ja auch den Wow-Effekt erzeugen Ein paar Schläge waren aber auch Wirklich zu hart Das stimmt natürlich Ne Aber wie gesagt Ohne Einverständnis von Denison Hätte ich das Video nie rausgebracht Ne Nur dass ihr das wisst Dass ich nicht so eine linke Aktion mache Oder sonst irgendwas So Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz hier Oh, Entschuldigung Dass du anders bist Wo war das? Hier Guckt euch das an Er Guckt mal Er nimmt die linke Und holt mit der rechten Krass aus Digga Stopp, Stopp Habt ihr gesehen Wie der durchgezogen hat? Der wollte dich nicht kauhorn, Mann Man sieht das doch So wie der ausfüllt Dass er dich nicht kauhorn Stopp, Stopp, Stopp Aber Man sieht mein Uppercut Brutalowitsch Brutalowitsch Stopp, Stopp So Also mehr muss man ja wohl Wirklich nicht sagen Aber wenn einer Diesen Humor nicht versteht Der kann zu mir sagen Ey, was meintest du? Oder man kann ja reden Nicht an den Instagram gehen Und mir eine Ansage machen Ich sitze zu Hause Ich gebe ihm seine Ansage Hä? Ich war gestern mit dem Essen So, ich habe gestern noch zu denen gesagt Komm, ich bring dich mit Smolik an einen Tisch Ihr seid beide eigentlich liebe Kerle So, ich mag ja Smolik Ich bin ja Smolik sehr lange befreundet Und den kannte ich ja auch so ein bisschen vom Sehen Und hallo, tschüss Und man hat sich auch öfter gesehen Man hat sich auch umarmt Und so, weißt du, was ich meine? Ne, er hat mich auch immer fest rangekuschelt Weil, ich meine, er hat mich gerne, der Junge Das ist ja auch keiner Sag dir mal am 5.11. wie gern ich das sag Zeig ich dir Ne, aber weißt du So, das ist, glaube ich, der Hauptpunkt So, dass der einfach diesen Humor nicht verstanden hat So, weißt du Hätte man klären können Letztendlich ist das dann so eskaliert Dass das letztendlich im Ring endet Was für mich aber auch kein Problem ist, weißt du Du weißt selber Ich habe mittlerweile ein bisschen Blut geleckt Ich mag Boxen, so, das macht Spaß Und, äh Ha Ja Gucken wir Ist da respektlos? Wallah, Ismail, Abi Nur auf dich habe ich gewartet Sag mal, wen soll ich jetzt in Rechnung stellen? Guck mal, wie der Ring aussieht Volle Eier Meine Eier sind überall Den konnte ich mir nicht verkneifen Wallah, meine Eier sind überall Der Mo dachte sich so, scheiße Da kriege ich jetzt einmal in meinem Leben Geld Nicht, dass ich den Ring bezahlen muss Wegen Nei-Aktion Äh, Ismail, Abi Also an der Stelle mussten wir uns alle noch nochmal Wirklich, wirklich vom Herzen Ich meine, wir machen auch ein paar Witze Über Ismail auch manchmal wegen seinem Deutsch Und so alles Kein Problem, ne Ihr wisst das, Freunde Aber man muss vor Ismail Respekt haben Er ist älter, er ist unser Abi Plus er ermöglicht uns So eine geile Plattform Er bringt Er tut sehr viel für Boxen Und meiner Meinung nach Äh, noch ein bisschen zu wenig Respekt Ich kriege der aus Ich Von Ne, von der Masse, denke ich Oder von den Von Generell von der Boxszene Würde ich mal jetzt sagen Der Ismail ist ein geiler Typ, Alter Der macht viel Und ich bin ihm sehr dankbar Ismail, Abi, wenn du das hier siehst Wir küssen dein Herz Es tut mir leid wegen den Eiern im Ring Aber du weißt Meine Eier sind beliebt Man will die überall haben Ich küss dein Herz Guck mal, wie der tolle Ring aussieht Ja, oh Allah Bedanke mich bei denen Ismail, zieh bitte die Rechnung von Mo's Gage ab Ja, er war das Er war das Er war das Hier, er So, Freunde ist auf den 5. November Oberhausen Arena Und wir bitten euch einen fairen Kampf Miteinander Nicht wie wie vorhin Bitte ich euch Boah, tut mir leid wegen gerade Aber mir sind die Emotionen durchgegangen Boah, wie der tollen Ring aussieht Boah, tut mir leid Aber du weißt So, machen wir face to face Also man sieht hier ganz klar Dass Mo größer ist als ich Ich weiß nicht, ob mich heute aufgefallen ist Aber Der ist auf jeden Fall Ja Gute 10, 15 Zentimeter Würde ich jetzt sagen Grob gestellert größer als ich Also Ne Da ist selbst der Ismail erstaunt Selbst Ismail guckt so nach oben Das Miau kam wahrscheinlich von Gazi Willst du mich umarmen? Ich rieche das Seht ihr, was ich meine, liebe Freunde? Seht ihr das? Der Mo mag mich eigentlich Er mag mich sehr Ich schwöre euch Er hat mich so fest an sich gedrückt Ich habe gesagt, der lässt mich gar nicht mehr los Ich schwöre euch Er hat mich so fest an sich gedrückt So, Digger Und sagt, mein Vater hat mich die letzten 20 Jahre nicht so umarmt Digger Und er hat mich richtig rangekuschelt, Digger Er hat nur noch gefehlt, dass er sagt Ich liebe dich, Bro Nur das hat gefehlt Ich will nur kuscheln Ja, gut Guck mal, wie er mich greift Guck mal, wie er mich greift Das hat den schon fast so Von Herzen greift er dich Das hat den Mo schon irgendwie Sympathischer gemacht irgendwie Keine Ahnung, Digger Aber Der greift mich richtig, Digger Richtiger Knuddelbär Du brauchst doch einfach nur Liebe Gewöhn dich dran Habt ihr gesehen, wie süß er mit dem Lächeln zugekommen ist? Er hat mich beim Abend wahrscheinlich die ganze Zeit angelächelt Ich habe es ja nicht gesehen Wisst ihr, was ich meine? Also Der Moment war Also bitte Also ich glaube schon, dass er mich liebt Schreibt einer, mein Vater hat mich noch nie so umarmt Ja Also ich glaube Ich glaube, Mo liebt mich Seht ihr das genauso? Also ich Doch Also ich bin mir ziemlich sicher Dass er mich liebt Also Das hat mich natürlich Dieses Umarmen hat mich natürlich direkt angesteckt Ich muss das natürlich direkt weitergeben So Okay Machen wir jetzt Einfach Mr. Respektlos Du wusste gar nicht, wie was abgeht Guck mal Guck mal Guck mal Der will gerade was Ernstes sagen Und guck mal Ich habe euch ja gesagt Der Mo ist ja im Prinzip jemand, der umarmt werden will Er will ja auch gerne umarmen Und auch sagen, ey, ich liebe euch Ich bin einer von euch Ja Und der Mo sieht, wie ich den Ismail umarme Ich will jetzt nicht sagen, er wurde leicht eifersüchtig Er wurde eifersüchtig Aber Er hat sich auch zu so einem Familienkuscheln dann gesehnt Also Guck, seine Reaktion Zack Umarmt er uns alle Er hat so riesen Hände Im einen Durchgang Gruppenkuscheln Gemeinsames Duschen Guck doch Er dachte so Das war seine Gelegenheit Davon will ich ein Teil sein Wisst ihr, was ich meine? Guck doch Guck selber So Ich mag ihn Er bin eifersüchtig Ja Ich bin dabei Das war sein Moment, Digga Ich glaube, der hat vergessen, dass wir Gegner sind Also der hat wirklich vergessen, dass es Beef ist Der dachte so, er lag umkuscheln Scheiß auf den Kampf Kuschelkurs, Digga Ja Ich denke, an dieser Stelle können wir das Faceoff zwischen den beiden behenden Sie dann auf den Das habe ich ja voll vergessen Ich wollte diese Ich musste das Diese Der hat mich diese Angekuschelung Musste ich so weitergeben So wie soll ich meinen Guck mal der 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 Mein Blick, wie ich den umarme Nach dem Motto Habib So ernst Das war so dieses Bruder Das war so dieses Du bist ein Mann, Bruder Guck mal Guck mal mein Blick An dieser Stelle können wir das Faceoff zwischen den beiden Bänden Sinan Auf den Wir mögen uns alle Ich habe jetzt diese Kuschelung gekriegt Keine Ahnung Auf einen Aber jetzt nochmal richtig Auf einen erfolgreichen Kampf Ich wünsche dir alles Beste Ich wünsche dir viel Erfolg Mo auch an dich Nur das Beste Viel Erfolg Möge der Bessere dann am 5.11. gewinnen Und die Halle als Sieger verlassen Inschallah wir Inschallah holen wir uns den Sieg Holt euch die Tickets Und lasst dort richtig Action machen Okay Also es sind schon sehr viele Tickets weg Sehr viele Tickets sind weg Das ist eine riesen Arena Freunde Also eine 15.000er Halle Das ist hier kein Spaß mehr Das ist wirklich kein Spaß mehr Mach die Halle voll Mann Ich kriege schon keine Luft mehr durch meine Nase Ich brauche meinen scheiß Nasenspray Digga Kommt alle Hört ihr das? Guck mal Ihr geht nicht mehr durch Scheiße Digga Ja man muss auch sagen Mega Poster Ne Und ich bin ja hier mit Mo auch Dalla auf dem Poster Ne Ist ein Profi Darf man nicht vergessen Digga Ne Butterbieren hin oder her Er ist Profi Schon eine krasse Sache Ne Ich als Anfänger Ne Hab ich Bock drauf Hab ich Bock drauf Holt euch die Tickets liebe Friends Holt euch die Tickets Hat der Mo auch eine Aktion gebracht hier 5.11. gewinnen und die Halle als Sieger verlassen Zack Mit der Hand nach oben gestreckt Ux Viel Erfolg bei der Vorbereitung Ich hab keine Angst mehr Ich habe keine Angst mehr Vielleicht riecht nur die Hand Keiner jubelt Bis zum 5.11. So Jetzt gucken wir mal ganz kurz noch hier Also ich hab trainiert auf jeden Fall Soll ich mal kurz rangehen Na alles gut Bestattungsinstitut Die wollen fragen welche Größe der hat Das war so geil Bösemann auch bester Mann Liebe Grüße an Bösemann an der Stelle Ich liebe dich Ich liebe dich Abi Mo war Eiferwüchtig Eiferwüchtig Als ich dich Umarmt Umarmt habe So Ach die Hörprobe Stimmt Letztes Mal ist die Hörprobe abgekackt Jetzt zeige ich euch mal eine geile Hörprobe Liege So liebe Freunde Jetzt zeige ich euch noch eine kurze Hörprobe Bevor ich abdampfe Die habe ich euch letztes Mal nur angeschnitten Also Wie kann das sein, dass du von Liebe sprichst? Butterfly im Bauch und kein Bienenstich. Vielleicht kann ich dir noch mal verzeihen. Im Paradies, einem anderen Leben, doch in diesem nicht. Denn du hast unser Traum gefickt. So als war das mit uns beiden nur ein Augenblick. Für mich gab es wirklich keiner außer dich. Ich bin reingegangen und in deinem ersten Brief steht, ich brauch dich nicht. Also ich hab's zu Ende gehört, das ist krank. Krank ist das. Noch eine Hörprobe, weil wir gerade so viel abstatten. Ist das eine, was ich mag? Diese Lieblingsdicks von mir? Komm, ich zeig euch den einfach. Ist das was? Ja. Natürlich haben wir auch Straße für euch gemacht. Sie dachten, ich wär weg, dann wurde ich Weltmeister. Und diese Hunde, die du Crew nennst, Ben Leiser. Mach immer was deine Frau in der Hotel einfahrt. Und mach es nicht mit Rap dann als Cagefighter. Bord am Klaren, Porsche fahren. Schieß da rein. Vor deinem Laden. Es gibt Menschen, die hoffen, dass man sich nie wieder sieht. Doch das ganze Land schreit. Sie weiß, ich bin ein Verbrecher, was sie sagen stimmt. Doch ich seh an ihren Blicken, dass sie blasen will. Das waren alles nie Skandale, das war Marketing. Und jetzt frag nochmal, wer die Größten auf der Straße sind. Ziehen an, sorgt für Aufsehen. Bitches auf dem Laufsteg. Kommen ins Hotel und wollen nie mehr wieder nach Haus gehen. Sie glauben nicht an die wahre Liebe, sondern an mein Aussehen. Sie fragen, was ich mache, ich kann ihnen das gerne aufzählen. Von Knast zu Netflix, Netflix zum Boxchamp. Und ganz nebenbei Rapalbum in den Top Ten. Vöö. 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 Vöö.